Musik Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, ja? Ja, Spider-Man Leute, ich habe es euch ja versprochen, schon in den anderen Let's Plays, dass wir das jetzt bald mal antesten und ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich habe es hier schon ein bisschen rumliegen, eine ziemlich lange Zeit, ja, es wird sein, zwei Wochen, drei Wochen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen und hatte ja noch Shadow of Colossus am Laufen oder es läuft, beziehungsweise immer noch, ja, und da bin ich nicht so dazu gekommen. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was uns Marvel hier präsentiert, ob es geil ist oder nicht, das werden wir sehen. Ob ich es durchspiele oder auch nicht, das werden wir auch sehen, aber ich denke mal, rein von den Reviews her ist es schon sehr, sehr gut bewertet und, ja, normalerweise lügen die auch nicht so, sage ich mal. Ist ja immer ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen, aber wir schauen einfach mal rein und schauen, was uns erwartet. Wenn euch das Projekt gefällt oder wenn ihr mich unterstützen wollt, in Form von Like, Kommentar oder auch Abo, würde mich alles sehr, sehr freuen, Leute, weil ihr wisst, der Support ist kein Moor hat. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal in die Einstellung. Wir machen natürlich ein neues Spiel und machen wir uns freundschaftlich, ich würde sagen, wir machen Mittel, also erstaunlich. Grafik, das machen wir nicht, oben und unten umkehren, lassen wir alles so, wie es ist. Untertitel will ich einmachen, den könnt ihr immer noch ein bisschen mitlesen und machen wir mal fortfahren. Dann schauen wir uns doch mal den Abspann an, Leute. Oder den Vorspann, den Abspann-Vorspann, keine Ahnung. Das Intro, das Intro, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Werfen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 was ist denn los mit dem? ich will keine ausreden 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 Get's in of us. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sah gar nicht so schlecht aus. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, weil... Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, hier ist eine U-Bahn. Kann man da rein? Schnellreise gesperrt. Okay, also komme ich hier noch nicht rein. Ah, das wäre cool gewesen, wenn man jetzt hier gleich reingehen könnte. Nein, da fressen sie gegen den Baum. Okay, jetzt mit dem Schwingen habe ich noch nicht ganz raus. Okay. Da ist unser Haus, okay. Können wir hier rein? Mal die Fenster, oder? Hier ist zu. Komme ich hier auch rein? Okay. Wandläufer, okay. Oder muss ich da von der anderen Seite ran? Ich habe keinen Plan. Geht's hier überhaupt rein? Oh, ich gehe mal kurz ein bisschen raus. Oh, ich gehe mal kurz. Oh, ich gehe mal kurz. Okay. Das sieht nicht so aus Aber ist hier irgendwo ein Fenster offen? Oder können wir da eine Schnellreise einfach hin machen? Mein Apartment, Chinatown Okay, das müsste doch hier oben sein, oder? Gehen wir mal langsam hoch Hier müsste es eigentlich sein Aber hier kommen wir nicht rein, oder? Ich glaube, ich muss von hier rein Okay Keinen Plan, Leute Wie ich hier reinkommen soll Oder ob man hier überhaupt reinkommt Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst Ich weiß es nicht Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut Und wir schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht Ich weiß nicht, ob wir da Hauptstory machen, oder ob es jetzt hier irgendwie dann mal Nebenmissionen oder sowas gibt Das schauen wir uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge Und dafür würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet Wenn ihr wieder dabei seid Und wenn ihr mir ein bisschen Support erlasst Würde mich auch sehr freuen Gut Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Ciao, ciao Euer Andi Und... Und wir schauen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge...